Erhält er jetzt die Temperatur oder nicht? Was ist das denn für ein Scheiß hier? Naja, die verdrängt, okay. Haben wir schon fast denken können. Bei den Temperaturschwankungen. Ach ja. Der macht auch nur bis 2000 maximal, okay. Kann ja schon mal anfangen, ja. So. So, so, endlich. Ich kann's losgehen. So haben keine Umstände, die hier wieder passieren. Irgendeiner stirbt, irgendeiner verliert hier irgendwas. Und zwei wieder Skeletten. Assistenzen. Oh, schon wieder Assistenzen gemacht? Ich dachte, zu klatschen. Ich will nicht die Klatschen, also ich will erstmal mehr fahren. Ja, ist mal ein Verbesserner. Ach, das wollte ich hier oben reinschmeißen. Halt. Hab ich hier noch einen Platz? Ja, hab ich noch. Die Top. Die Top. Und jetzt fangen wir mal an. Casing. Kika Casing. Casing, Casing, Casing. Oh, oh. Oh, oh. Wie groß wollen wir denn machen? Äh, was denn? Mh, den Casing, beziehungsweise den Reaktor. So, äh, kropatisch? Oder, ja. Das ist leicht groß an allen Seiten. Ja, wie groß? Neun mal neun, acht mal acht, zehn mal zehn. Ich hab eigentlich voll gekutzt. Ähm. Mach hier oben in diesen Towern keine Felder hin. Lass da rein die Reaktoren machen. So kleine? Ja. So kleine rein machen? Man kann das oben, diese Wand, also diese Kugel, kann man auch oben drauf abmachen. Ach, du meinst da oben in den Kugeln drin, ne? Nein, anstatt diese Felder hier oben drin einfach ein Reaktor hier rein. Ja, hatte ich auch letztens überlegt. Ich glaube, das Problem ist, ich muss die Tweeze, ich will Tweeze anbauen, ne? Bin hier jetzt gerade auch überlegen. Ist gar keine schlechte Idee, aber das ist kacke. Das selbe stimmt aber auch geil aus, deswegen. Das können wir auch noch weg machen dann? Nein, das... Oder wir machen das Feld hier und machen da oben, trotz, äh, und machen da oben, gehen noch Reaktoren rein. Äh, also Reaktoren rein. Und dann machen, also die sollen halt, sind halt nicht so extrem fähig, die sollen eigentlich schon zum Deko und ein bisschen, um die Sachen hier zu powern, so. Einigermaßen. Und dann machen wir halt noch einen krassen irgendwo hin. Hm, keine schlechte Idee. Hier oben machen wir dann einfach aus Endersolz oder so. Ne, lass doch. Das kann doch hier so bleiben. Lass den oben hier rein machen. Pass auf, wir können hier durchgehen. Ja, ja, meine ich gerade auch. So, dann lass den hier mittig rein machen. Außenrum mit Wasser. Ne? Dann nimm ich mir die Programme von Debitor, kopier die mehrmals. Ja. Dass wir die einen ausschalten können. Weil, ich brauch noch zu lange, um die umzuprogrammieren. Und dann machen wir hier, ja, aber wir brauchen keine vier, oder? Vier Stück. Brauchen wir vier Stück. Weil das Problem ist, die sind zu weit hinten, ne? Die. Weil die sitzen zum Beispiel nicht mehr da drunter. Wo es aufhört, hier, pass mal auf. Alles, was Obsidian hier unten ist, ne? Ja. Das ist, ähm... Das sind die Felder, die nach unten gehen. Okay. Weil ich hatte nämlich überlegt, die eigentlich hier hinten rein zu machen. Hier hinten den fetten. Hier und von jedem... Von jeder, äh... Etage dann das rein zu ziehen. Da, wo dieses riesen Loch ist, weißt du? Ich hab dich verloren. Na, hier hinten. Ach, dein. Aber deine Idee ist gar nicht schlecht. Black? Ja? So eine Idee, warum meine Schuhe immer leer bleiben, die ganze Zeit. Pass auf, hinter dir, Centos. Vielleicht ist da keine Batterie drin. Doch, ist. Centos, hinter dir. Hör auf, mir mit dem Bogen abzuschießen, du Spasti. Mann, was war der Kack. Die ist eigentlich groß genug. Fickes Ding, ey. Ähm... Ne, wir bachen die hier rein. Lass uns... Ich hab ja gleich Elite-Bettering gemacht. Gönn dir ja. Lass uns hier welche reinmachen. In diesen Dinge machen wir ein paar rein. Ne, ne, hier. Hier rein machen wir die. In die Tür... Ja, okay. In die Kuppeln oben. Sieht bestimmt auch geil aus. In die Kuppeln machen wir die oben rein. Und... Und das sind halt nicht so... So Extreme, die dann viel Energie bringen sollen halt. Müssen die ja nicht. Müssen die auch nicht, genau. Und dann machen wir einen halt irgendwo... ...ganz fetten hin. Ja, den fetten, den müssen wir sowieso da mit der unten Strang haben. Das heißt, die Stränge, die kommen nachher hier oben raus und verlaufen alle in die Mitte und in die Mitte gehen sie als fetten Strang runter. Alter. Was? Wir haben einfach überlebt. Das machen wir so. Wie groß machen wir die? 5 x 5 oder so? Oder 7 x 7? Wie groß sind die Tür? Da muss ich jetzt gucken. Ich glaube... 17 oder so durch... 17? Also ein Zylinder ist 8... Warte mal, der Zylinder hat 10 x 8 x 10. Also... Ja, natürlich, die Kuppel muss natürlich jetzt angepasst werden dafür. Im Fallen... ...wann das so einfach zu machen. Mit so einer Western Energy Cell. Die HV Cap... Capicature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 15 ist die Kuppel hoch. Jetzt müssen wir natürlich abziehen. Das war ein bisschen kleiner Untergang. Ja, das 5 x 5 oder so. Ja, das 5 x 5 oder so. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5, 5. Da gehe ich wieder in Sondes an ein paar ein bisschen. gut da ist die mit dann kommen 5 5 alles mit wasser nach auskleiden ja oder mit diesem ender zeugs wobei das ist ein bisschen teuer aber das ist eigentlich ganz cool ich meine koppel nachher allgemein drumherum noch er ja meine ich ja mit dem ender dann siehst du den reaktor nicht mal lass uns mit wasser machen den ender das den reaktor können wir mit ender machen ja und alles drumherum in der kuppel mit mit wasser noch das wird jetzt richtig viel spass geben zum zum kräften können wir erst mal einen anfang zu bauen muss man gucken was black wieder veranstaltet und monster geklatscht hat die köpfe ich kann kotzen kann irgendwas mit machen glaubt doch ja feuerwerk und man kriegt auch insekten daraus ja er musste das können insekten daraus machen in den schiff da musste die rein machen sind sie diese comic comic artigen insekten auch wir haben genau das ging gerade überlegen wir brauchen eine grundfläche von fünf mal fünf das heißt ne fünf 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 sind zehn sechzehn oben 16 16 plus zwölf acht und zwanzig erst mal davon ich werde sterben ich werde sterben ja ich krieg gar nichts habe ich doch gesagt der kriegt doch richtig parras wenn man da rein springt wir machen jetzt mal vier stext casings wie heißt er noch eine kreaktor eine kreaktor eine kreaktor